Du bist, was Du von Dir denkst In den Tiefen Deines Bewusstseins formen Deine Gedanken und Überzeugungen Deine Realität. Die Art und Weise, wie Du dies selbst wahrnimmst, beeinflusst nicht nur Deine Handlungen, sondern auch Deine Beziehungen, Deine Gesundheit und Dein allgemeines Wohlbefinden. Dieses Phänomen wird oft als Selbstbild bezeichnet. Dein Selbstbild ist das Bild, was Du von Dir selbst hast. Es ist eine Kombination aus Deinen Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen. Wenn Du dies selbst als kompetent, liebenswert und erfolgreich siehst, wirst Du eher danach streben, diese Errungenschaften zu verkörpern. Auf der anderen Seite kann ein negatives Selbstbild zu Selbstzweifeln, Ängsten und einem Mangel an Selbstvertrauen führen. Dein Selbstbild beeinflusst Deine Entscheidungen und Verhaltensweisen. Wenn Du glaubst, dass Du etwas nicht schaffen kannst, wirst Du es wahrscheinlich auch nicht versuchen. Wenn Du jedoch an Deine Fähigkeiten glaubst, bist Du eher bereit, Risiken einzugehen und Dich neuen Herausforderungen zu stellen. Dein Selbstbild kann sich im Laufe der Zeit verändern. Es wird von Deinen Erfahrungen, Deinen Beziehungen und Deinen inneren Überzeugungen geprägt. Wenn Du Dir bewusst bist, wie Du dies selbst siehst, kannst Du daran arbeiten, Dein Selbstbild positiv zu gestalten. Nimm Dir Zeit, um über Deine Gedanken und Überzeugungen nachzudenken. Welche negativen Gedanken über Dich selbst tauchen immer wieder auf? Identifiziere sie und frage Dich, ob sie wirklich wahr sind. Akzeptiere Deine Fehler und Unvollkommenheiten. Niemand ist perfekt und das ist in Ordnung. Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind der Schlüssel zu einem positiven Selbstbild. Deine Umgebung beeinflusst Dich. Verbringe Zeit mit Menschen, die Dich unterstützen und ermutigen. Stell Dir vor, wie Du dies siehst, wenn Du Dein volles Potenzial ausschöpfst. Visualisiere Erfolg und Glück. Dein Selbstbild ist ein mächtiges Werkzeug. Indem Du Dich bewusst mit Deinen Gedanken und Überzeugungen auseinandersetzt, kannst Du Dein Leben positiv beeinflussen. Denke daran, was Du von Dir denkst, bist Du. Also denke großartig über Dich selbst.